Jeder, der sich mit dem Thema Narzissmus auseinandergesetzt hat, weiß, dass Narzissten nur schwer oder gar nicht loslassen können. Narzissten verkraften es nur schwer, verlassen zu werden. Und Narzissten wollen dich, auch wenn sie die Beziehung beendet haben, immer noch spüren lassen, dass sie diejenigen sind, die Macht und Kontrolle haben. Ich meine, sie werden da jetzt keine SMS schicken mit den Worten, ich habe die Macht und du weißt es. Nein, es sind dann oft so scheinbar harmlos klingende Nachrichten wie, ich wollte nur mal fragen, wie es dir geht. Wohlwissend oder wenn nicht wissend, dann wenigstens hoffend, dass du nun voll auf diese Nachricht abfährst und du dir nun einen Kopf machst, was das nun wieder zu bedeuten hat. In diesem Video werfen wir mal einen Blick darauf, warum Narzissten nicht loslassen können und dich beobachten. Du glaubst es nicht? Dann schau dieses Video. Nach dem Intro geht's los. Wenn eine normale Beziehung vorbeigeht, dann ist das nicht schön. Aber irgendwie schaffen es die zwei, die mal zusammen waren, einen Abschluss zu finden. Es gibt dann meist eine Aussprache. Man trauert vielleicht auch um den anderen, den man nun verloren hat. Und es kann auch sein, dass man über einen längeren Zeitraum immer irgendwie noch in Kontakt ist. Aber dann ist es ein eher guter Kontakt. Und wenn man so von Zeit zu Zeit an den anderen denkt, dann tut man das ohne Groll und sagt sich, was vorbei ist, ist vorbei. Ich meine, der Ex spukt dann nicht einem dauernd im Kopf herum. Der Ex oder die Ex ist eben Geschichte und belastet einen nicht mehr. So schaut ein guter Abschluss aus. Wenn die Geschichte mit einem Narzissten, Schrägstrich einer Narzissten, vorbei ist, dann haben wir nun zwei Szenarien. Du hast entweder ihn verlassen oder er hat dir den Discard gegeben. Schauen wir uns zuerst Szenario 1 an. Du hast ihn verlassen. Wenn du das gemacht hast, dann hast du dem Narzissten eine, um es mal moderat zu formulieren, eine Kränkung zugefügt. Es kommt in der Welt eines Narzissten schlichtweg nicht vor, dass du ihn verlässt. Er ist derjenige, welcher, der bestimmt, wann das Spiel aus ist. Ein Narzisst hat dich damals aus guten Gründen ausgesucht, beziehungsweise ist aus ausgesuchten Gründen mit dir eine Beziehung eingegangen. Und glaub mir, die Beweggründe, warum er mit dir eine Beziehung eingegangen ist, waren niemals Liebe. Das hat er dir vielleicht erzählt und du hast es vielleicht geglaubt. Die wahren Beweggründe, warum er dich ausgesucht hat, waren leider ganz andere. Nämlich, dass du ihm etwas zu geben hattest, was er haben wollte. Das war vielleicht dein Aussehen, das war vielleicht dein Status, es war vielleicht dein Geld. Du als Person warst ihm schnurzegal. Dich als Individuum hat er niemals gesehen. Ein Narzisst sieht dich als Accessoire, als Zubehör, als Erweiterung seines Selbstes, aber niemals als Individuum. Wie ich in meinen Videos immer sage, du warst nur ein Multitool, das nur so lange benutzt wird, wie es eben taugt. Das ist die bittere Wahrheit. In dem Moment, wo du nichts mehr taugst, bist du schneller draußen, als du gucken kannst. Die Kommentare unter meinen Videos sind voll mit Beschreibungen, wo zum Beispiel erzählt wurde, dass genau in dem Moment, wo man krank wurde, der Discard kam. Die Kommentare unter meinen Videos sind voll mit Beschreibungen, wo die Betroffenen durch den emotionalen Missbrauch schwächer und schwächer wurden und der Narzisst sich genau in dem Moment eine neue gesucht hat, wo die Betroffenen nicht mehr seinen Ansprüchen genügt haben. Aber zu dem Discard durch den Narzissten dann später mehr. Du hast nur Zugang zu seiner Welt bekommen, weil du bereit warst, sein Spiel mitzuspielen. In dem Moment, wo du am Eingang zu seiner Welt warst, hattest du das Wort Nein zu vergessen und deine Kritikfähigkeit abzulegen. Das waren die Regeln, die niemals ausgesprochen wurden. Das waren aber die Regeln, die für den Narzissten die Prio Nummer 1 waren. Und wenn du nun anfängst, zu dir zu stehen, wenn du nun anfängst, das Spiel zu durchschauen und merkst, dass du gar nicht der Fehler im System bist, wie dir immer weiß gemacht wurde, dann rebellierst du irgendwann und sagst, genug ist genug. Das muss nicht Knall auf Fall gemacht werden, sondern das kann auch leise gemacht werden, indem du zunächst nur innerlich die Kündigung einreichst. Aber irgendwann kommt der Tag, wo du dann gehst und dann fügst du dem Narzissten eine Kränkung zu. Und weil ein Narzisst eine gestörte Persönlichkeit ist, heißt es nicht umsonst narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und er wird diese Kränkung, die du ihm zugefügt hast, nicht verzeihen. Er kann deshalb keinen Abschluss machen, so wie ein emotional gesunder Mensch. Er ist ein Getriebener, der nun sein Multitool zurückhaben möchte. Und so ist es dann zu erklären, dass er dich vielleicht huvert, dich also zurückhaben möchte. Es kann aber auch anders kommen. Jetzt kann es sein, dass er denkt oder sagt, na warte, dir werde ich eine Lektion erteilen. Und er kennt es, vielleicht wird jetzt eine Schmierenkampagne losgetreten. Das ist schon schlimm. Aber er kann zum Stalker werden. Und das ist dann ganz schlimm. Ich habe darüber ein extra Video gedreht. Und dann kann es sein, dass scheinbar gar nichts passiert. Eigentlich ein gutes Zeichen, weil es gibt keine größere Ehrerbietung des Narzissten dir gegenüber, als dich in Ruhe zu lassen. Weil das kann bedeuten, dass er gemerkt hat, dass du zu stark für ihn geworden bist und nicht mehr bereit bist, sein Spiel mitzuspielen. Aber glaubt mir, ein Narzisst ist ein Trophäensammler. Und du warst eine Trophäe und bist nun einmal in seiner Sammlung. Und in dieser Hinsicht ist er wie ein Messie, der nicht bereit ist, seine Wohnung, sein Haus zu entrümpeln. Man weiß ja nicht, wozu das Ganze nochmal gut sein könnte. Und ich habe tatsächlich oft in meiner Praxis gehört, dass Narzisstinnen und Narzissten manchmal zum Messietum neigen. Eben genau aus diesen Gründen. Nicht loslassen können. Man weiß ja nicht, wozu das Ganze nochmal gut sein könnte. Besser wäre es für ihn, dich vollkommen loszulassen, damit er frei ist und nicht mehr mit unsichtbaren Fesseln an dich gebunden ist. Und ich bekomme tatsächlich immer wieder von Klienten in meiner Praxis erzählt, dass sie das Gefühl haben, dass ihr narzisstischer Ex energetisch immer noch an ihnen zieht und zieht. Hört sich nach Hokuspokus an. Ich denke, da ist durchaus was dran. Narzissen lassen nicht los. Sie müssen dich nicht unbedingt stalken oder dich von Zeit zu Zeit antexten. Aber die ein oder andere von euch kennt es vielleicht, dass über Fake Accounts Kontakt zu dir aufgenommen wird. Dass sich von Zeit zu Zeit zufällig Flying Monkeys bei euch melden. Ein Narzisst schafft es nicht, loszulassen und wohlwollend an die Zeit mit dir zurückzudenken. Er ist gekränkt und er ist nicht in der Lage, einmal zu überdenken, ob es vielleicht gute Gründe gegeben hat, warum du ihn verlassen hast. Ein Narzisst hält mit aller Macht an seiner Scheinwelt fest. Nein, es hat keine guten Gründe gegeben, warum du ihn verlassen hast. Er will da nicht hinschauen. Ich habe es schon oft in meinen Videos erzählt. Und weil es nicht an ihm liegen kann, bleibt ja nur noch ein Grund, warum die Beziehung gescheitert ist. Weil du dumm, undankbar und eine falsche Schlange bist, die von Anfang an nichts Besseres zu tun hatte, als ihm etwas vorzumachen. Das ist seine Wahrheit. Und so wird er es auch darstellen. Und deshalb bist du irgendwo immer auf seinem Radarschirm. Er will wissen, wie es dir geht. Natürlich hofft er, dass es dir schlecht geht. Geht es dir tatsächlich dann schlecht, weidet er sich daran und er wird es genießen. Geht es dir gut, ärgert ihn das und er wird dich nun beobachten und hoffen, dass du irgendwann deine gerechte Strafe bekommst. So schaut die Realität eines Narzissten aus. Keine wirklich schöne Vorstellung. Niemals loslassen zu können und mal endlich seinen Frieden zu machen. Wie schaut es nun aus, wenn er dir den Diskart gegeben hat? Naja, zunächst einmal ist er ja nicht gekränkt, weil ja alles nach seinen Vorstellungen gelaufen ist. Er war nun derjenige, welcher die Macht hatte. Mit einem Fingerschnippen hat er dich entsorgt. Vielleicht noch ein Kopf hoch, das wird schon wieder hinterher geworfen und sich dann aber Freude strahlend seiner Neuen zugewandt und aller Welt erzählt, dass er nun endlich seine Seelenverwandte getroffen hat und sein langjähriges Materium nun endlich ein Ende gefunden hat. Und du stehst vor dem Scherbenhaufen deines Lebens. Ja, so gesehen scheint, zumindest für den Narzissten alles in Ordnung zu sein. Aber halten wir uns vor Augen, was wir eben schon besprochen hatten. Ein Narzisst ist eine gestörte Persönlichkeit. So oft bekomme ich in meiner Praxis erzählt, er muss doch einmal verstehen, was er da anrichtet. Es versteht doch jeder. Warum nicht er? Warum kann er sich nicht einmal in meine Belange hineinversetzen? Das sind dann die Fragen meiner Klienten. Und weil ein Narzisst eine gestörte Persönlichkeit ist, gilt unabhängig davon, dass er derjenige war, welcher den Discard eingeläutet hat, genau das, was ich eben schon erzählt habe. Ein Narzisst hat keine Wahl, die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und abzuwägen, was gut und richtig wäre. Er hat keine Wahl. Er kann nicht anders, als so zu handeln, wie er handelt. Und in meiner Praxis werde ich auch immer wieder gefragt, Herr Kleist, können Sie eigentlich hell sehen? Es ist alles genau so eingetreten, wie Sie vorhergesagt haben. Nein, natürlich kann ich nicht hell sehen. Aber Narzissten sind eben, weil sie keine Wahl haben, weil sie getrieben sind, unglaublich vorhersehbar. Also keineswegs so einzigartig, wie sie immer glauben. Ich vergleiche Narzissten immer mit Menschen, denen eine Überlebensstrategie an die Hand gegeben wurde, mit Hilfe derer sie nun ihr Leben bewältigen müssen. Und sie haben nur diese eine Strategie und sie kennen keine Alternativen. Für diese Menschen bedeutet Ende der Beziehung gleich Verlust. Und Narzissten verlieren nicht. Und Narzissten verlieren nichts. Also auch nicht dich. Und deswegen werden sie immer irgendwie Interesse an dir haben, auch wenn du es vielleicht nicht mitbekommst. So, ihr Lieben. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Video ein wenig weiterhelfen können. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.